Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Tech-Milliardär Elon Musk hat US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump um Wählerstimmen im Kampf ums Weiße Haus geworben. Im berühmten Madison Square Garden mit knapp 20.000 Plätzen löste der 78-jährige Republikaner mit persönlichen Angriffen auf seine Kontrahentin Kamala Harris teils großen Jubel aus. Musk lobte auf der Bühne Trumps geplante Wirtschaftspolitik. Band Gertrude Band Gertrude Das war's. Singen, 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 singen... And from the region in Oberst calling Till the heroes of Tennessee Die Flames von Texas Von Seer zu Stadten Von Detroit nach Houston Und New York nach N.A. Und die Flames von Texas Von Seer zu Stadten Und die Flames von Houston Ich bin ein Files Untertitelung des ZDF, 2020 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 This is the end Untertitelung des ZDF, 2020